Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Zeig's mir! Jetzt wissen wir, wo's ist. Okay, gut. In Ordnung, ich weiß, was zu tun ist. Gut, ich will, dass das Plutonium in drei Tagen draußen ist. Drei Tage. Ich habe ein paar Kunden, die vier Millionen pro Kilo zahlen würden. Jetzt. Drei Tage. Nicht mehr. Verstanden. Du bist klug. Sechs Pfund reines Plutonium sind stark genug, um die Welt aus dem Gleichgewicht zu bringen. Stell dir mal vor, was fünf Tonnen anrichten können. Das ist interessant. Das ist interessant. Los! Bewegung! Los, weiter! Ist die Knarre geladen? Ich hoffe doch. Da hat jemand angebissen. Ich erkläre euch zu Mann und Messe. Du und deine kleine Psycho-Gang aus dreckigen Kötern. Heute ist Zahltag. Sechs Pfund reines Plutonium sind stark genug, um die Welt aus dem Gleichgewicht zu bringen. Stell dir mal vor, was fünf Tonnen anrichten können. Wir brauchen mehr Männer, wenn wir ihr Leben draus kommen wollen. Ich bin zurück. Du darfst nicht zulassen, dass das Zeug in falsche Hände gerät. Wie lautet der Plan? Suchen, finden, töten. Los geht's! Wie hast du das gemacht? Schwein gehabt. Steig an! Mein Schuh ist größer als diese Karre. Schießer wird größer. Tust du das, was ich denke? Genau das mache ich. laden jetzt effemmen. Du wirst ein neues Flugzeug brauchen! Untertitelung des ZDF, 2020